Heute Abend startet die Bundesliga in die neue Saison und anlässlich dessen gibt es heute gerade noch so rechtzeitig natürlich noch meine Prediction zur Liga, welches Team am Ende auf welchem Platz landen wird und es ist auf jeden Fall eine sehr spannende Saison, die auf uns wartet und ich würde sagen, wir starten direkt mal rein von unten nach oben. Auf Platz 18 habe ich direkt mal Hertha BSC. Letzte Saison hat man sich knapp gerettet, jetzt wird es meiner Meinung nach nicht mehr reichen und man wird sogar letzter. Man hat einige Leistungsträger bzw. Spieler, die helfen könnten, verloren. Man hat sich mittlerweile auch recht gut verstärkt, aber ich finde die Unruhe im Verein ist einfach groß. Jetzt auch noch das Pokal aus. Sandro Schwarz an sich ist jetzt kein schlechter Trainer, aber ich traue ihm jetzt nicht zu, dass er die Hertha da retten kann. Auf Platz 17 habe ich dann den FC Augsburg und ja, jetzt werden viele sagen, dass es jedes Jahr heißt, dass die absteigen und dann machen sie es nicht. Da muss ich sagen, ich habe sie eigentlich noch nie als Absteiger getippt in den letzten paar Jahren, aber dieses Jahr ist es für mich einfach so, man holt mit Enrico Maaßen einen Trainer, der jetzt Fußball spielen lassen will, was jetzt vorhin nicht unbedingt der Fall war. Er möchte auf Ballbesitz spielen. Ich finde, das Kader-Material gibt es nicht unbedingt her und zum anderen ist der Sprung aus der dritten Liga zur Bundesliga groß und vor allem der Sprung von einer U-Mannschaft zu einem richtigen Verein stellt für mich einfach eine große Hürde dar und ich traue ihm jetzt nicht unbedingt zu, die zu meistern. Auf Platz 16 habe ich Zweitligameister Schalke, denen ich vom Kader her eigentlich zutrauen würde, die Klasse sicher zu halten ohne die Relegation, wie ich es jetzt eben prognostiziere, aber die Trainerentscheidung finde ich einfach nicht gelungen. Frank Kramer hat jetzt in Bielefeld nicht wirklich gezeigt, dass er der beste Trainer ist, daher sehe ich die schon unten drin und letztendlich auf dem Relegationsplatz. Der 1. FC Köln hat sich, finde ich, gut verstärkt in Anbetracht der finanziellen Situation und dass man jetzt höchstwahrscheinlich europäisch spielen wird. Dennoch wird die Dreifachbelastung eine Hürde darstellen und ja, man wird so ein bisschen in der Bundesliga unten drin hängen, aber es am Ende dann doch schaffen, die Klasse zu halten. Auf der 14 habe ich den VfB aus Stuttgart. Da ist natürlich noch viel ungewiss, bleibt Kalajcic und vor allem bleibt Sosa. Da hängt natürlich viel von ab, aber auch so finde ich, dass der Kader nicht der allerbeste ist und immer noch sehr jung. Man hat nicht wirklich erfahrene Spieler geholt, obwohl man ja letzte Saison gesehen hat, dass es da so ein bisschen mangelt. Und deshalb für mich nur minimal besser auf Platz 14. Werder Bremen ist für mich letztendlich auf Platz 13. Ich denke, die werden die Euphorie mitnehmen. Sie haben immer noch den gleichen Trainer, haben sich jetzt auch gut verstärkt. Ich glaube, die werden so ziemlich sicher im Mittelfeld landen oder im hinteren Mittelfeld, ohne in große Abstiegsnot zu kommen. Auf Platz 12 lehne ich mich ein bisschen sehr weit aus dem Fenster, so wenn ich jetzt mal alle anderen Prognosen anschaue. Ich glaube, niemand hat gesagt, dass Bochum nicht unter den letzten drei ist. Ich sage, sie werden Zwölfter. Denn ich sehe bei Bochum, klar, der Kader-Marktwert ist mit Abstand der niedrigste, aber ich sehe da dennoch Qualität im Kader. Und ich finde, mit Reis hat man einen guten Trainer. Und in meinem Kopf ist einfach so ein Szenario, dass die eine zweite Saison so wie Union spielen, die ja dann letztendlich Siebter wurden. Ganz so viel traue ich ihnen da natürlich nicht zu, aber ich glaube, sie können überraschen. Bin da mit der Meinung ziemlich alleine. Aber schauen wir einfach mal, was da so passiert in der Saison. Mainz wurde letztes Jahr 8er. Dieses Jahr sehe ich sie so in etwa auf Platz 11. Man hat viel Qualität verloren mit Nia Katté und auch mit Saint-Just. Ich hatte sie jetzt erst ein bisschen tiefer unten drin, aber die haben ja immer noch gute Qualität im Kader. Allen voran mit Jonathan Boykert, der ein herausragender Spieler ist. Und auch Bo Svensson ist ein guter Trainer, auch wenn ich ihnen jetzt nicht mehr ganz so viel zutraue wie letzte Saison. Jetzt bin ich also durch von Platz 18 bis 11. Und wenn ich mir alle Mannschaften so angucke, dann lässt es sich für mich klar unterteilen in die Top 10 und in den Rest. Weil die Top 10 ist für mich irgendwie ziemlich klar. Und aber auch umso schwerer, innerhalb der Top 10 die dann einzuteilen. Ich fange jetzt mal an mit Platz 10 und das ist bei mir Union Berlin. Aber ich kann mir genauso gut vorstellen, dass die bis zu Platz 6 vordringen. Haben jetzt das erste Mal Europa League. Mal schauen, was da so wird. Haben sich dennoch wieder überragend verstärkt auf dem Transfermarkt. Ich glaube einfach, die werden wieder überraschen und vorne mitspielen um die europäischen Plätze. Auch wenn ich sie jetzt nur auf Platz 10 habe. Aber das gleiche denke ich halt von den anderen in den Top 10 genauso. Einer dieser Vereine ist mein Verein, der SC Freiburg. Und auch hier ist es ähnlich wie bei Union. Super verstärkt. Spielen jetzt Europa League. Werden aber wieder, denke ich mal, vorne mitspielen. Mal schauen, was draus wird. Ich schätze sie ein bisschen stärker wie Union ein. Ich hoffe, ich falle damit nicht auf die Nase, aber das ist so meine Einschätzung. Auf Platz 8 ist für mich Hoffenheim. Die haben jetzt halt Raum verloren. Da ist so ein bisschen die Frage, wie der ersetzt wird aktuell. Aber ich traue ihnen, weil der Kader ist ja auch ansonsten gut. Dennoch viel zu. Man hat ja immer noch Kramaric und weitere gute Spieler. Breitenreiter finde ich als Trainer eigentlich auch nicht schlecht. Ich meine, der hat mit Schalke Platz 6 damals erreicht. Wurde jetzt mit Zürich Meister. Auch wenn sein Fußball nicht so ansehnlich ist, ist er definitiv erfolgreich. Auch da kann ich mir vorstellen, dass die bis zu Platz 6 vordringen könnten. Auf Platz 7, also der Qualifikation für die Conference League, ist meiner Prognose Borussia Mönchengladbach. Ich glaube, mit dem neuen Trainer Daniel Faike könnte es gut klappen. Er möchte ja Ballbesitzfußball spielen lassen. Und der Kader ist grundsätzlich auch darauf ausgelegt. Ich glaube, das passt. Ich glaube, Thüram wird richtig einschlagen. Auch in Plea und vor allem Neuhaus und Hofmann sind genial für den Faike-Fußball, finde ich. Und ich glaube, letztendlich wäre man mit dem siebten Platz auch zufrieden. Auf Platz 6 ist für mich Eintracht Frankfurt. Man hat sich richtig krass verstärkt für die Champions League, aber auch jetzt für die Liga, in der man auch die Leistung zeigen sollte diese Saison. Ich denke, man kann in der Champions League für Furore säugen und dann die Euphorie so ein bisschen mit in die Liga nehmen. Man hat auch die spielerische Qualität jetzt dazugewonnen, vor allem mit Mario Götze, dass man gegen tiefstehende Gegner auch in der Bundesliga die Punkte holt. Und deshalb denke ich, dass mindestens Platz 6 drin ist. Ich würde eher sogar Richtung Platz 5 oder 4 schauen. Aber da habe ich jetzt andere Mannschaften und zu denen kommen wir jetzt. Mein Platz 5 ist der VfL Wolfsburg, der ebenso einen neuen Trainer hat mit Niko Kovac, der ja eigentlich überall für gute Liga-Platzierungen sorgte, sei es jetzt bei Frankfurt damals oder auch bei Bayern und Monaco. Und ich traue es ihm auch bei Wolfsburg zu, denn der Kader ist richtig gut. Vor allem die Offensive ist überragend bestückt mit Wind, Kruse, ein Matcher, Wimmer, Kaminski. Ich komme da gar nicht zu einem Ende, wenn ich da die Spieler aufzähle. Aber ich glaube, das kann schon funktionieren und traue ihm auf jeden Fall zwischen Platz 4 und 7 alles zu. Auf Champions League Platz 4 habe ich mich dann doch für Leipzig entschieden. Ich habe lange überlegt, ob ich die vielleicht auf 5 oder 6 tippe. Weil ich finde, der Fußball von Domenico Tedesco, es war ja damals auch so bei Schalke, er war erst extrem erfolgreich, wurde Vizemeister und dann ist man so ein bisschen eingebrochen. Das kann ich mir auch dieses Jahr vorstellen bei Leipzig. Weil der Ansatz, man ist halt oft einfach ideenlos im Spiel nach vorne, aber man hat halt die individuelle Qualität von einem Christopher Nkunku und auch weiteren Spielern natürlich. Vor allem hat mich jetzt die Verpflichtung von David Raum umgestimmt, Leipzig dennoch auf Platz 4 zu tippen, weil das sind einfach qualitativ gute Spieler, mit denen wird man definitiv viele Punkte holen. Auf dem dritten Rang habe ich dann Bayer Leverkusen. Ich hatte lange überlegt, sie auf 2 zu packen, weil der Kader ist einfach genial. Man konnte alle zusammenhalten, vor allem Diaby und Schick und dazu noch einen Loschek verpflichten. Der Kader ist offensiv überragend. Defensiv sind so ein paar Schwachstellen und das hat mich dann letztendlich auch dazu bewegt, sie nur auf 3 zu packen. Auf Platz 2 ist für mich Borussia Dortmund. Ja, keine große Überraschung. Man hat sich sehr gut verstärkt, vor allem Schlotterbeck ist wichtig. Offensiv ist natürlich ärgerlich, dass Allaire jetzt ausfällt, aber ich glaube auch mit Allaire hätte ich sie nur auf Rang 2 getippt. Und ich würde sagen, wir gehen gleich rüber zu Platz 1. Denn mein Platz 1 ist logischerweise der FC Bayern München. Zum 11. Mal in Folge wird man wahrscheinlich Meister werden. Man hat sich auf jeden Fall verstärkt. Ich meine, ich muss es ja gar nicht aufzählen. Es wird schon oft genug thematisiert, die ganzen Neuzugänge. Ich denke auch, der Lewandowski-Abgang wird nicht allzu schwer wiegen. Und man kann das auf jeden Fall in der Liga ausmerzen und genug Tore schießen, damit man weiterhin Meister wird. Das war also soweit meine Prediction. Ich freue mich schon in einem Jahr darauf zurückzublicken, was da alles komplett daneben war. Schreibt mir gerne eure Meinung zu meiner Prediction rein, aber gerne auch eure eigene. Und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.